Nur, dass die Furcht vor etwas nach dem Tod das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, den Willen irrt, dass wir die Übel, die wir haben, lieber ertragen, als zu Unbekannten fliehen. Die Morgenröte hat sich am Himmel entzündet. Auf dem See taucht ein Schwan von Schwänen auf. Und über ihn, schwer mit dem Flügel schwankt, fliegt eine Eule. Das ist ein Schwan. Untertitelung des ZDF, 2020